Leute, es ist wieder soweit. Kreis kam heute Morgen ganz verschwitzt zu mir und hat gesagt, mein Großvater aus Geegyptistan, der hat gesagt, hier ist eine neue Karte, die müsst ihr unbedingt spielen. Das ist der heiße Shit auf dem Custom-Zombie-Markt. Und ich hab gemeint, ja gut, Kreis, wenn du so verschwitzt bist und so nervös und so geil, let's go. Lass es uns tun. Ja, was soll ich machen, ne? Wenn die Leute, guck mal, 2020, alle machen es sich selbst. Und darunter fallen halt auch Zombie-Karten. Ne? Ja, es ist nun mal so, ne? Mach du den letzten hier, schieß ihn an und Messer ihn. Ich lass dir die beiden. Weil hier drüben ist eine Kiste, hab ich gesehen. Uh, der Kisten-Meister. Ja, Gonjo ist wieder da. Der Kisten-Mann. Alter, was krieg ich denn hier? Irgend so eine alte Shotgun, irgendeine alte, durchgekaute Shotgun. Ist doch geil, oder? Ist ja nicht geil. Ja, geht. Uraltes Ding. Warum läuft ja in der Kiste eigentlich so eine Musik wie... Da denke ich immer direkt, ich bin Tropico irgendwie. Guck mal hier, man kann buddeln, schaufeln und Zombie-Cash. Wo hast du die Schaufel her? Nochmal Zombie-Cash. Alter, ich hab richtig Geld. Ich hab ne Schaufel. Hier hinten ist ne Schaufel. Achso, du hast schon eine. Ich hab auch eine. Ich hab auch Geld bekommen. Okay, die Shotgun ist ganz nice, kann man machen. Alter, die Karte ist schon fett, auch die Skins und so. Das sieht schon alles sehr, sehr geil aus. Da hat sich jemand auf jeden Fall schon die Kür gegeben. Alter, ich krieg dauernd Zombie-Cash. Ich krieg so viel Cash reingeschoben. Die drücken mir das Geld hinten und vorne rein, du. Ihr seid doch froh, hier jetzt sammelnst du da noch, ja. Da nochmal rein. Und der Sack ist voll. Was war das hier? Was konnte ich da... Ach, da, ne, hier. Nochmal Cash. Alter, er findet Cash ohne Ende mit seiner Kotschaufel. Krass eigentlich, ne? Aber ich krieg nur so Schmutzschmuddel-Waffen. Naja, also... Na, jetzt hab ich hier so ne K. Ne K? Ne K. 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 Ey, die ist irgendwie extrem OP. Was geht denn mit der Knarre? Ich hab Schmerzen in meiner K... In meiner Kagina. Eine Kagina. Ich bin so schnell gelaufen, aber rückwärts. Dann musste ich pupsen. Jetzt hab ich eine Kagina. Also was? Und das war's mit der Werbung. Ja, kenn ich ja nichts für. Da ist sie wieder weg. Bei mir ist sie nun mal horizontal. Das ist ne Behinderung. Das weiß ich ja. Aber man hat keine Witze. Es gibt Frauen, die leiden. Die Frau ist dann mir vorbeigejoggt. Und ich dachte, da hat irgendwer irgendwie ein Rohrbruch. Die Frauen, die sowas haben, leiden. Das Spiel hat super schlechten Einfluss auf mich. Ja, merke ich. Jedes Mal dieses Spiel. Wenn wir Sea of Thieves spielen oder so. Ach komm, voll nett und so. Ja, sei nicht so. Beleidige nicht gleich. Nö, lass mal mit den Leuten reden. Vielleicht können wir diplomatisch irgendwie verhandeln. Und hier, oh, Kagina. Hippi kacka. Alle Witzen machen. Pipi kacka. Ja, ja. Ja, ja. Ey, ich hab die ultimative Waffe hier. Das ist voll das Biesting. Ja, diese Kacka. Kacka. Oh, wow, 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 wow. Ich bin im Erdbeerland. Ich bin Deep Red, aber so richtig. Operation Deep Red. Ich hab den grünen Knopf angefasst. Ich hab auch schon so ein paar von diesen Knöpfen gedrückt. Aber was sind die gut? Da werden wir Reichtum und Ehre erlangen. Meine Lippen schlappern da immer so ein bisschen, wenn ich da vorbeiläuche. Alter, was jetzt? Wieso hast du Blitze? Keine Ahnung. Er, auf einmal hat der hier Hammur. Der wollte mich anfassen, ich hab gesagt, nein. Vergewaltigungsschutz. Toss, Vergewaltigungsschutz. Nie wieder vergewaltigt werden. Ich krieg dauernd Shotguns. Ich krieg dauernd Shotguns, dude. Aber jetzt kommt ne Hunde-Runde? Ich hab ne Magnum. Alter, Hunde? Schnausen? Schnausen? Aber keine ägyptischen. Nö, das sind irgendwie keine ägyptischen. Boah, Hunde sind aber immer noch ätzend. Keiner mag Hunde in Videospielen. Das ist echt so, ne? Ja, weil beides kacke ist. Entweder sie sind super aggressiv und machen dich kaputt. Oder du bist irgendwie gezwungen, ihnen das Leben zu nehmen. Und das willst du auch nicht. Ja, du hast keine Chance. Ja, Hunde in Videospielen sind richtig so eine emotionale Falle. Weißt du, es ist so gemein. Boah, irgendeiner knurrt hier noch. Ja, da. Er trägt mich in die Ecke. Er dampft. Oh Gott. War's das? Waren das alle Hunde? Alter, was ist denn hier? Alles. Auf einmal Zombie-Cash, Munition. Das Spiel verwöhnt mich. Ägypten ist gut zu mir. Zombie-Cash. Ra, liebt mich. Ey, guck mal, hier drüben brauchst du drei Schlüssel. Hast du denn? Nee. Ajo, drei Schlüssel. Drei Schlüssel, ajo. Ajo, da musst du stepputteln, glaub ich. Aber hier gibt's ja keine Haufen mehr. Wer legt denn eigentlich hier die Sandhaufen? Ich kann dir gleich einen machen. Ey, ich hab nur so One-Shot-Super-Guns. Time-Warp. Ich bin irgendwie total okay. Was ist jetzt los? Der Boden bebt. Ham uns Bruder. Ham uns Brudi? Ham uns Cousin. Alter, wie krass sieht der denn aus? Alter, was ist das denn für ein heftiges, ekelhaftes Vieh? Die alte Hundeschnauze hier drüben. Wie krass ist das denn? Wir müssen den erledigen. Hast du ihn schon tot? Nee, der rennt hier in den Zeitung auf mich zu. Er ist nicht unbedingt intelligent, ne? Nee. Oh, geil. Wow, wow, die sind wieder ein bisschen schneller jetzt. Vorsicht. Aber ich hab hier Rasurapparaten, Alter. Ich brauch unbedingt einen Schnogger. Ja. Alter, da geht der down. Ey, sogar mit Animation und allem. Wie krass ist das denn? Was die Leute alle so in ihren Ferien machen, ne? Ne, wenn Corona, alles sind weggesperrt. Und schon ist die Kreativität ungehalten. Oh, da ist was vom... Da ist ein Code. C2-Sticker. Warte mal, ich hab hier Granaten ausgegraben. C2. Da ist auch noch ein Code. A3. Ich find die Codes. Ich bin der Code-Meister. Ja, was bringen die Codes, Mr. Master-Code? Nee, Mr. Master-Code. Die bringen Master-Code. Ja, aber guck mal, wir brauchen doch erstmal hier so ein Key. Geheime ägyptische Codes hab ich. Ich will punchen. Packerpunschen? Ja, klar. Packerpunsch. Ja, da musst du aber alle Rätsel des Hamunaptra lösen. Und noch seine alte ägyptische Flöte fassen. Ja, die hab ich schon angefasst. Letzte Woche gemeinsam mit meinem Onkel Bud. Ja, aber die mumifizierte Fleischflöte. Bande. Oh, da wär ein Haufen gewesen. Da steckt mein Finger rein, den Haufen. Alter, die Waffe ist irgendwie geil, aber leider brauche ich auch irgendeine Cashgun. Ja, ja, ne, das ist, wenn ihr auch jetzt die Pistole, ey, da ist ein Fähnchen wieder. Ich krieg nur Geld, also, wie im echten Leben. Schlüssel, ich hab einen Schlüssel. Wie viele hast du? Null, weil ich nur Geld bekomme, wie im echten Leben halt. Ich krieg nur Geld, hier, nimm Geld. Ich brauch auf jeden Fall eine bessere Waffe. Steht schon mal fest. Müssen wir nicht auch noch hier diese komischen, hier, guck mal, ich hab schon wieder so ein Klebeding gefunden. So ein Sticker, so einen komischen. Ich hab aber hier ne feine Knifte gefunden. Ne Knifte? Was? Ja, ne Kanone. Was ist das hier? Hold to Dick. Oh nein, da kommt einer raus. Was? Dick kommt raus aus dem Loch. Ey, da drüben ist irgend so ein Automat jetzt. Oh, hast du alle Knöpfe gedrückt? Anscheinend, weiß nicht. Okay, dann machen wir jetzt das Automatenspiel. Nein, da kommt noch ein Haufen Zombies. Wollen wir nicht einen am Leben lassen lieber? Nein, die gehen dann down. Echt? Oh, ich hab aber... Was ist das? Hä? Ein Treffer, zwei Treffer. Hier, Lottobude hier. Was ist das hier für ne komische Lottobude? Schieß mit drauf, wir müssen das Ding treffen. Ich hab ja nicht genügend... Ich hab dafür nicht die Waffen. Hä? Natürlich hast du Waffen. Ja, aber nicht die gescheitesten. Ist doch völlig egal. Ja, ich treff doch, ich schieß doch schon drauf. Ich muss nachladen, übernimm. Ich muss auch nachladen, ganz lange. Zwölf. Ich hab dafür nicht die Waffen, einen Treffer nach dem anderen. Fünfzehn. Sechzehn. Wie oft muss man das Ding denn treffen? Oh, hier unten. It's over. Okay, da ist der Päcklerpunsch. Ich hab's gepunscht. Gepäckelt. Gepäcklerpunsch. Ich hab gepäcklerft. Bucklerpunsch. 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 Buckalabermaske, oder was? Habe ich vorhin geschaltet in dem anderen Spiel. Das hast du doch erfunden. Nein. Das kann man sehen bei Predator. Was ist passiert? Ich brauch das hier. Was hat er sich da gegönnt? Speed up, new life. Speed polar. Hast du schon Nogger? Klar. Alter, der Mann hat Geld, ne? Klar, sagt er. Was mit dem da hinten? Der Moonwalk, da hinten, der eine. Ha-Moonwalk? Ha-Moonwalk? Äh, sind hier keine Haufen mehr zum Wühlen oder so? Ey, ich krieg nur Sniperwaffen. Hier in das Springfield. Was will ich da mit? Obwohl die kann voll witzig sein. Ja, ich nehm sie mal mit. Aber irgendwie ist das doch jetzt hier nicht die... Boah, hier. Lemahin. Ja, dann nimm mal Lemahin. Aber wir brauchen mehr Haufen. Ja, es gibt keine Haufen mehr. Alle Haufen sind irgendwie weg. Guck mal hier, Alter. Easy, easy. What is going on, Mr. Zombieman? Wo sind die Haufen? Ich bin wieder reingetreten. Jetzt kann ich nicht mehr laufen. Denn ich hab was zwischen den Zehen. Wahnsinn. Wie schnell du auch Geld machst, wenn du ne Waffe hast, die eben nicht... Nur einmal schießt. Ja. Ach nee, jetzt hab ich ne MSR. Das gibt's doch nicht. Da hat er heute kein Glück, ne? Ich krieg nur Sniper und Geld. Ja, krieg ich nicht. Da ist ne Granate im Haufen gewesen. Was ist das da hinten? Ah, Tempokola. Noch ne Granate. Warum krieg ich nur Granatenhaufen eigentlich? Was soll denn das? Ja, ich renne hier immer noch mit meiner Sniper rum. Mit meiner alten Springfield. Ne, die Waffe ist schmutz. Boah, Alter, ist die laut. Die Hunde sind extrem laut. Komm, jetzt gib mir nochmal ne gescheite Waffe. Bitte. Bitte, Boy. Ich hätt gern mehr... Okay, ne 28er. Meinetwegen. Es ist besser als alles andere. Gut schlecken. Aber we need three keys to open. Ja, wie viele keys haben wir denn? Boah, jetzt sind auch voll die fetten Skarabä-Artefakte. Skarabä? Hier ist nochmal so ein Hundehaufen. Granaten drin gewesen. Super. Bei mir ist auch nur Granaten drin die ganze Zeit. Das ist ein Nerv. Oh Gott, die macht ja gar kein Damage. Komplett wertloses Ding hier. What? Oh, Hamu, dein Bruder ist wieder... Oh Gott. Sags ja. Ich bin immun gegen alles. Warum? Weil ich Zombie-Boot hab. Was? Aber nicht gegen Hamumu. Der hat den Braten gerochen. Der hat den Braten gerochen. Hamumu sagt nein. Oh oh. Kreis nicht sterben. Weil Hamumu kann mich hitten. Alter, wie der gegurgelt hat. Gerade eklig. Gejorgelt. Gejorgelt hat er. Ich brauch endlich meine geile Waffe. Alter, hier drüben kannst du einen Punch bauen. Aber was braucht man denn alles, um den zu bauen? Ja, wahrscheinlich... Wenn wir grad das Oberteil gefunden haben, brauchen wir wahrscheinlich noch das andere Teil. Da, 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 da. Unterbuchse. Okay, das ist schon mal gut. Oh, nice Time Warp. Das war schön in sein Hundegesicht. Schön in die Hundeschnauze rein. Der Keulenpeter hier. Warte, ich lad einmal eine halbe Stunde nach. Bei mir ist das so eine geile Waffe, mit der du auch Geld machen kannst. Guck mal hier. Das ist gar nichts. Massage-Stick, den ich hab. Ja, aber der geht nicht tot. Der frisst meine ganze Zeit. Speed, Colossi. Speed up your life. Ach komm, jetzt echt. Ey, ich hab meine komplette Waffe in den reingejagt. Das interessiert ihn überhaupt nicht. Ich hab nur Schmutz. Ich spiele nur mit Schmutz. Ich schieß seit 10 Minuten mit Murmeln auf dich. Ich spuck ihn an, weil ich keine Waffe hab. Ich versuch's mit Worten. Ich hab keine Munition mehr. Jetzt bin ich am Arsch. Aber der gibt doch Muni, oder? Weiß ich nicht. Nee, nicht zwingend. Du musst eine neue Waffe erspielen halt. Ich geh mal hier an den Gerätetisch. Ey. Vorsicht. Au. Hamul. Ey, Mulnapra. Gebt mir aber ganz schön auf die Fresse. Ey, geh mal kurz ab. Dann kann ich mir hier was holen. Was ist das? Pumpgun. Wir bauen hier noch ein bisschen Häufchen. Sollen wir ordentlich einen abseilen, der Kollege. Der seilt irgendwie nicht mehr, ne? Oh, ja. Aber er gibt zweimal Punkte nur. Toppelte Rumpel. Ich weiß nicht, ob ich die wirklich haben will. Ein Dude? Oh, nee, ey. Ich hör den Dude, aber... Ich seh den Dude nicht. Wo ist der Dude? Ach, da hinten. Neu gespawnt. Gurgel, gurgel. Boah, ich brauch Geld, Mann. Ich hab nichts. Ich hab 480 Penunzen. So, hier. Endlich mal ne vernünftige... Und Peseten, nehmt die hier nicht an in der Gegend. Peseten? Pesos. Keine Pesos mehr. Nix Pesos. Gehen sie weg mit ihren Pesos. Aber ist schon echt ne geile Karte, muss ich schon sagen. Ist schon geil, ja. Wenn wir jetzt halt noch einen Codhaufen finden würden. Wäre geil, wenn so Updates kommen mit mehr Kammern. Ne, dass man hier so... Aber es sieht so aus, als wäre das mal geplant gewesen oder so. Weil da hinten ist so viel. Naja, vielleicht hat er dann noch... Vielleicht ist ja erst der Prolog. Kann ja immer gut sein. Ja, weiß man ja nie. Ich mein, du hast hier ne Friendly Kite Zone. Aber jetzt geht's hier halt schon rund, ne? Ja, ja, eben. Wir brauchen Häufchen. Wir brauchen Häufchen zum Buddeln, weil sonst kriegen wir keine Schlüssel. Und ich brauche endlich mal ne gescheite Waffe. Endlich, FG 42. Damit kann ich arbeiten. Damit kann der Papa doch mal auch was machen. Oh Mann, hier ist aber auch echt nix. Hier ist der Blitzschlag. Oh, der ist ziemlich cremig. Der schmeckt gut. Zack, Alter, geil. Richtig gut, richtig gut. Geht das Warnkunde? Ja. Guck mal nach Häufchen. Ja, ich guck die ganze Zeit nach Häufchen. Aber hier sind keine mehr. Ja, aber wie viele Schlüssel hast du gefunden? Ich hab null. Hier, hier, komm mal her, Buddel, hier. Ich hab ein Problem. Jetzt verliere ich meine Waffe. Ach so. Jawohl, da ist noch ein Schlüssel. Yes, na also, da vorne ist noch ein Haufen. Bei der Schubkarre würde ich immer gerne reinsetzen zum Koten. Die Kotenkarre. Da war ne Granate drin. In der Mitte ist noch ein Kothaufen. Äh, Zombie drin. Kann es sein, dass es rundenbasiert ist? Ja, anscheinend. Ganz eindeutig ja. Boah, jetzt werde ich aber hier gleich von den alten Toilettenhändlern ziemlich mumifiziert. Ja, die wollen nicht mummeln. Die wollen nicht mumien. Mami's alive. Die sind die Mumien. Aus tausend Jahre Dunkelheit. Wie geht das? Ja, ja, irgendwie so. Tausende von Jahren alt. Mami's alive. Zombie cash. Ohne Punch kein Lunch. Ne, leider nicht. Ohne Lunch. Hier habe ich noch ein Lunch. Kein Frunch. Ich habe schon wieder irgendwie Geld. Die Ägypter waren sehr reich, ne? Anscheinend. Ja gut, die haben sicher auch jedes Körperteil irgendwie mit Gold behangen, ne? Naja, das machst du ja auch. Mit deinem Prinz Albert da unten. Das fand mir irgendwie Gil. Oh, wie er runtergefallen ist, der Dude. Nun, do you see a Haufen? No. Nix Haufen, Mr. Bad da. Nix Haufen, Mr. Bad da. Hier ist auch nix drin. Vielleicht sind die zeitmäßig. Kurz an die Kiste. Vielleicht finde ich irgendwas leckeres. Alter, was ist das denn hier für eine komische Knatterknarre? Ich bin jetzt auf Galil umgestiegen erstmal. Ich habe eine Rogue. Oh, oh, oh. Soll ich mir hier noch, glaube ich? Ich schieße irgendwie mit Murmeln. Ja? Ach, geil. Oh, freigespielt. Aber kein Haufen. Jetzt gönn doch mal ein Spiel. Gönn doch mal einen Haufen, du. Ja, echt mal. Gönn mal Haufen. Gönn mal Haufen. Er gönnt nicht, ne? Ne. Irgendwie bin ich hier nicht gegönnt. Hat mir ein bisschen Blut gegönnt. Aber wir sind jetzt schon in Welle 14. Kann man da auch irgendwie da noch weiter? Ich meine, man puncht, man lunscht, aber... Ich weiß nicht, dann kann man irgendwann das Ende kaufen, glaube ich. Ja, aber wo? Das sind ja die großen Geheimnisse, ne? Die großen ägyptischen Geheimnisse, die wir hier mal zu sehen können. Die großen Geheimnisse der Pyramide. Ich finde hier keine Haufen. Ne, bei mir auch nicht. Nix. Wir sind auf derselben Karte. Wie jetzt? Wie? Wir spielen auf derselben Karte. Machen wir Pause. Oder haben wir schon drei? Geh mal da ran an das Ding. Ne, ne? Jetzt kommen jetzt noch mal Hunde. Ne, ne. Das fehlt. Vielleicht nach Hunden. Weißt du? Die buddeln sich da irgendwie raus. Hunde buddeln. Das ist ne komische Waffe, die ich hier hab. Ne echt komische Waffe. Das ist so ne Murmelknarre, so ne typische. Sind die Mumien. Aus und der von Jahre, also sind die Mumien. Jetzt hab ich wieder so nen Scheiß-Ohrwurm. Mami's alive. Mütter am Leben, heißt das übersetzt. Sie sind die Mütter. Tausende von Jahren. Komm schon, Haufen. Komm schon. Wir brauchen nen Schlüssel. Komm schon, Haufen. Wahrscheinlich alle vier Runden gibt's Haufen oder sowas. Keine Ahnung. Alle vier Runden gibt's nen kleinen Haufen. Nen kleinen Naschhaufen. Okay, ich hol mir mal hier so nen Schmalz. Na, Geld. Oh, hier ist nen Haufen. Ja, ja. In der Mitte. Ich hatte grad nen Geldhaufen. Aber was ist jetzt wieder los? Ohne, Nabdru? Ja. Nabmann? Schlüssel! Hier drüben! Shit! Aber das sind jetzt alle Zombies. Nicht, dass der despawnt. Ich renne eine Runde. Ja, ich bin dran. Hab ihn. Kasten ist offen. Okay, lauf weg. Boah, ich hab eben grade links und rechts einen reingetwiggled bekommen. Ja, ich krieg auch grade Twiggles hier. Das ist nicht sterben, das ist der Twiggle Hole. Ich muss sagen, die macht aber schon Spaß, die Murmelknarre hier. Die Murmelknarre macht Spaß. Spaß. Oh nein! Ich bin down. Kacke. Von allen Seiten wurde ich eben grad gefingert. Hier ist nur Muni. Zieh durch. Und die Muni-Gier, die hat ihn wieder gekriegt. Nee, ich wollte eigentlich weiter, aber ich bin hier an so einer komischen Kante halt kurz stecken geblieben. Zieh durch, das kriegste hin. Hast du kein Problem, ich komme, Achtung! Oh, es wird eng, es wird eng. Ja. Gut gemacht. Oh, ich hab eine 5 irgendwie erschossen da hinten. Was ist das? Achso, ja, du hast den Kasten wahrscheinlich getroffen. Wahrscheinlich, ja. Aber warte mal, dann können wir jetzt den Code eingeben direkt. Ah, die Runde ist vorbei. Nein, nein, wieso? Ja, die ist vorbei. Zählt der Wolf nicht als Runden? Nee, nee, nee. Oh, shit. Ich dachte, der zählt noch mit. Nee. Der ist eigenständig. Der hat eine GmbH. Dann muss er down. Mach mal weg hier. Immer schönen Rundlaufen. Achtung, ja, nice. Jetzt haben wir einen Mega-Vorteil. Aber leider ist der wahrscheinlich immun gegen Insta, ne? Ja, aber er ist down. Oh. So, jetzt lassen wir einen am Leben. Ja, ja. Jetzt lassen wir einen am Leben und dann... ...machen wir den Code. Ufte-Deckel. Achtung. Kleiner Vorteil. Ah, nein. Gemessert. Direkt eine Nuke reingestochen. Warte mal, da ist A ist 3. Also der erste ist eine 3. Äh... Und der letzte ist eine 2. Ich hab Elfchen. Wo wirft man die nochmal? Total vergessen. Weiß ich nicht. Irgendwo 4 oder so? Nee, nee, nee. Nee. Also A ist 3, hast du gehört, ja? Ja, A ist 3. Also die erste Zahl ist eine 3. Und was war das andere jetzt? Achtung, die machen dir Hard Party jetzt. Ja, ja. Wo hab ich denn gerade das andere gelesen? Keine Ahnung, ich versuch die gerade jetzt mal im... Oh nein, sind das die... Ist das noch eine Welle? Aaaaaah. Was machst du? Einer lebt noch. Ja, lass den am Leben. Ich dachte, das wär jetzt schon wieder eine neue Welle, weil ich in den Nuke reingegangen bin. Aber wir waren noch mitten in der Welle. A ist 3 und C ist 2. Also der erste ist eine 3, der letzte ist eine 2. Okay. Ich versuch mal... Keine Ahnung. So, Error. 3, 1, 2. Ah! War schon direkt richtig. Alter, und hier? Der Packerpunch. Ja, dann bau du mal. Der Packerpunch. Alter, wie geil. Ajo. Packer de Punch. Ich punche direkt. Ich punche direkt, jung. Ja, der Limettenmeister hier. Zack. Der Limetten-Squeezer 4000. Der Laminierer. Was hab ich bekommen? Den Impeller. Das ist ein Küchengerät für die modernen Hausfrau. Ja, genau. Piu. Piu, piu. So, und jetzt? Man kann ja nochmal hier reinschieben, dann kriegt man nochmal so ein Extra-Bürstchen drauf. Das war ja 4, 3. Ja, ja, genau. Ich hab tote Leitungen. Also, im Endeffekt, was du in der Hose hast. Haha. Na ja. Rebel Yell, Junge. So. Donnerwand. Ui, da fliegen sie. Ja, und jetzt? Ja, und jetzt müssen wir, keine Ahnung, weiter riddeln, weil es gibt ein Ende. Riddeln. Also, laut meinen Quellen kann man ein Ende erriddeln. Ja. Die Karte ist durchspielbar, irgendwie. Hast du sie nicht durchgespielt? Oh nein, ich bin wieder in so einer Ecke. Shit, down. Aha, der lässt sich wieder lunsen. Ach du Kacke, Alter. Was geht jetzt hier ab? Ich schieb sie einmal schön durch. Nee, nee, nee. Oh, 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 oh. Nee, 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 Kreis, nee. Nee. Boah. Warte, kein Problem. Kein Problem. Ich hab Affen. Make an Affen. Ben Affleck. Ben Affleck. Ist mal einen am Leben. Wir müssen ein bisschen die Karte analysieren. Ach, ich hab ja gar keinen Nogga mehr. Stimmt, deswegen gehe ich so schnell down. Alles verlernt. 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 Alles verlernt. Was, ich hab schon keine Munition mehr? Echt jetzt? Nee. Hä? Warum hat er die Waffe eben gewechselt? Ich hab mir einfach die Waffe aus der Hand gezogen. Der Zombie hat gesagt, nix, du spiel in die Waffe. Warte, warte. Jetzt müssen wir eben kurz ein bisschen aufpassen. Ja, Moment. Hier tanzt noch welche durch meine tolle Leitung. Ja, ja, deswegen... Oh, lass den mal leben da jetzt. Der dich verfolgt grad. So, ich geh jetzt nochmal hier einen köstlichen, schmackhaften Saft schlabbern. Ja, mach ich auch. Schlabbern. Speed Colossi. Hä? Der verfolgt mich, obwohl ich Zombie-Blatt hab. Okay, ist nur Mumie. Ist doch kein Mumien-Blatt, ne? Nee, ist kein Mami-Blatt. Ja, nu. Jetzt die Frage, Kollege. Den Legenden zufolge kann man irgendwo hier noch einen Sarg ausbuddeln. Die Frage ist nur, wie? Ja, das ist die große Frage. Das ist die große Frage jetzt. Ja, der ist doch dann wahrscheinlich... Hier sind doch vier Schaufeln irgendwie. Ja, hier kann man irgendwas machen. Hier kann man shippen. Hier kann man shippen, die Dreck. Aber wie? Aber wie? Vielleicht muss man irgendwelche Schaufeln berühren? Weiß nicht. Oh, 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 oh. Ah, kacke. Gibt's doch nicht. Was macht der denn? Wie schnell die da waren. Haben mich da in die Ecke reingeschoben. Rennen einfach nur runter. Ja, ja. Wieder kein Nogga. Oh, jetzt hab ich aber nicht schneller wiederbeleben diesmal. Musst ihr gönnen. Hängt da drüben. Ja, musst du bezahlen. Was ist hier mit dieser komischen Schallplatte? Weiß ich nicht. Kann man da irgendwas ready machen? Irgendwie Klimatronik, ne? In der Klimatronik kann man da irgendwas ready machen? An der Klimamatte? Es gibt ein großes Rätsel hier. Das man lösen kann. Wir müssen nur rausfinden, wie. Ich meine, so viele Optionen hat man ja nicht. Oder muss man bis eine gewisse Runde spielen. Ich weiß nicht. Ausgrabungen dauern ihre Zeit. Naja, klar. Mensch, hier kann ich nochmal dicken. Zombie Cash gedickt. Das ist schon mal ganz gut. Ne, hier ist aber nix, wo man jetzt... Aua, aua. Ha, der ist voll böse. Heftiger Shit. Heftiger Shit. Kann man hier noch was... Ne, die Dings funktionieren nicht. Ne, die Box ist tot. Die Box ist dead. Ich muss hier ein gewisses Level erreichen. Wer weiß. Keine Ahnung. Spiel mir mal einfach weiter, oder? Ich sehe jetzt hier gerade nix, ne? Ja, na gut. Let's try it, man. Already have won. Ich muss erstmal wieder Geld. Wird ja komplett abgeerntet. Ja, ja. Das wird jetzt spaßig hier mit dem Geld, ne? Ja, das wird hart. Ne Ahnung. Vielleicht müssen wir auch... Hamun ins Gesicht schießen, oder? Das kann sein, dass wir irgendwie... Hamunabdra ein bisschen ins Gesicht spritzen müssen. Oder wir müssen irgendwas ausbuddeln noch. Kann sein. Ich weiß es nicht. Oder wir müssen so und so auch punchen. Was weiß ich. Das ist custom. Das kann alles sein. Das kann halt echt alles sein hier, ne? Naja, oder wir müssen irgendwelche Schaufeln berühren. Ja, aber das gäbe ja dann irgendwie... Ein Hinweis meister. Ja. Boah, ich brauch Geld für einen Nogger. Ohne Nogger bist du hier aufgeschmissen. Jetzt rein. In den Train. Muni. Okay, ich hab schon mal wieder einen Nogger zusammengearbeitet. Vielleicht gibt's noch irgendwas hier. Wer weiß. Zum Glück kriegen wir noch Munition und so. Ja. Vielleicht muss man irgendwie den Platten-Spieler gurgeln. Weiß ich nicht. Ich hab jetzt schon gemessert und gedrückt am Platten-Spieler. Oh nein, das gibt's noch nicht. Hier ist mal in dieser blöden Kacke hier hängen. Wieso gehst du auch jedes Mal dann wieder dahin? Das ist jetzt die große Frage. Achtung, warte, hier ist ein Nuke. Kannst du mich holen? Na, ich hätte eh nichts. Da unten ist Muni. Moment, warte, noch nicht. Noch nicht einsammeln. Schmeiß mal ein paar Affen. Lade durch. Welche Muni denn? Hier ist überhaupt nichts. Hier bei mir. Achso. Ja, ist doch alles. Ich glaub, hier brauchen wir noch nicht mal mehr durchladen, oder? Doch, doch. Beim Dreier musst du noch durchladen. Es hat irgendwas mit den Schaufeln da unten auf sich. Das Schaufelritual. Die vier Schaufeln. Die vier Schaufeln. Das Moses. Ich schmeiß mal eine Granate hin. Ja, vielleicht, wirklich. Vielleicht kann man das wegsprengen. Ja, guck mal. Da ist was passiert, oder? Weiß nicht. Ja, doch, doch, doch. Ich glaub, da guckt doch was raus. Da jetzt ist es nicht. Ich leg mal eine Granate hin. Moment. Ja. Echt? Passiert da was? Nee, da liegt ein Zombie, deswegen. Ach, kacke. Nee, wir können es nicht wegsprengen. Gegenpinkeln, das Einweichen. Wegmessern. Oh, es kommen Hunde. Ist es gerade gebuddelt? Ja. Hä, wie machst du das? Hier steht, haut zu dick. Da kommt eine Hand raus. What? Okay, okay, Moment. Moment, Moment. Erst erstmal die Hunde machen. Dick Janey? Dick Janey hat er? Die Hand von Dick Janey hat er geschüttelt. Weil der Map-Beschreibung stand, finde das Grab und Schände ist, um zu entkommen. Okay, ist der letzte Hund, oder? Nee. Ja, doch, 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 doch. Musst du hier echt hinhocken und graben? Alter, wie cool. Können wir alle ein bisschen dicken? Nee, nur du. Alter, guck mal, hier kommt eine Penisspitze. Ich sehe eine Penisspitze. Aber gleich geht's los, geh mal da lieber wieder raus, ne? Okay, okay. Aber gleich kommt hier wieder die ganze Sau-Bande. Die ganze Sau-Bande, die... Greisligen. Sau-Greis. So, hier schön rein. Ah, Butterkante, Achtung. Oh, nein. Chef ist da. Chef ist da. Bauleiter ist da. Achtung, Dobens. Ich würde sie alle mal schön hier. Sehr gut, gib ihm. Gib ihm, nice. Wow, 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 kommen jetzt zwei? Da bebst du ja schon wieder. Ja, ja, es kommt noch ein zweiter. Ach, nee. Oh, nee, das sind beide jetzt. Ja, achte drauf, dass wir die beiden aber zuerst kriegen am besten. Oh, shit, Alter. Jetzt bin ich am Arsch. Alter, Affe ist noch raus. Aber ich bin down. Hol mich schnell. Ich darf an dieser Kante nicht rumlungen. Die ist gefährlich, Alter. Du darfst vor allen Dingen nicht immer die Richtung wechseln. Das machst du die ganze Zeit. Jetzt schon wieder. Schön reincrossen. Weißt du, damit sie dann schön alle auf mich zu rennen. Ja, ich nehme immer hier die Abkürzung. Ja, die, bleib, die, wofür ist die bekannt? Wie oft bist du jetzt in dieser Abkürzung gestorben? Mehrfach. Ja. Ach, geil. Hast du Blut? Ja. Was ist mit dem da hinten? Irgendwie auch ein Schaden, ne? Alter, das gibt's nicht. Der hält sau viel aus, der Kollege. Okay, ich hab keine Muni mehr. Ja, ich glaube auch nicht. Achtung von allen Seiten. Oh, shit, 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 shit. Okay, das könnte es fast gewesen sein. Nein, du schaffst das. Ich laufe mit den Zombies. Ich denke, ich bin einer von ihnen. Sehr gut. Duschen. Nicht duschen. Deine Nicht-Duschen-Taktik geht auf. Ey, hör auf zu zielen, Mann. Okay, ich hole Doppelfeuer-Malz, muss ich mir holen. Okay, das war ein Fae-Live-Ton. Warte. Komm hier rüber, schnell. Moment. Er rennt hier aber in der Schubkarre rum. Aber er kriegt einen Blitz, er ist tot. Komm schon. Hab dich. Geil, geil, geil. Hol dir schnell den Nogger. Okay, warte, warte, warte. Das sind nämlich die letzten jetzt. Das sind jetzt die letzten. Ja, ich versuche weg von denen zu bleiben. Nee, nur, dass wir halt nicht alle killen, weißt du? Ja, aber ich hab Blitz. Weißt du, wenn ich einmal reingehe, sind alle tot. Okay, okay. Dann laufe er davon. Nicht draufschießen, nicht draufschießen. Wir lassen welche übrig. Boah, ich hab Standbild. Mega lag. Geht wieder. Ich stecke in der Ecke fest. Nicht schlimm. Lauf davon. Ich bin kaputt. Moment. Ich muss die aber töten. Die sind zu schnell. Ja, lauf noch ne Runde. Lauf noch ne Runde. Geht schon. Nur noch der eine, ne? Ja. Hast du schnelle Wiederbelegung? Nee. Aber das schaffe ich von der Zeit, glaube ich. Sieht gut aus. Ja, ja, ja. Okay, passt, passt. Dann kann ich in Ruhe noch. So, dann kaufe ich mir jetzt Nougat. Ich muss hier meine Waffe punchen. Ich brauche. Alter, der wollte mich direkt wieder down schlagen, der Lümmel, ne? Ja, ja. Sei vorsichtig jetzt. Ich geh mal buddeln. Kannst du denn kiten? Vorsicht, vorsicht. Geh du kdicken. Geh dicken. Ja, warte. Erstmal in Ruhe gucken, Situationen sondieren. Aber ne Sondersondierung haben wir keine Zeit. Okay. Ich buddel. Alter, was ist jetzt passiert? Wir haben ihn ausgegraben. Und? Wie sieht er aus? Ah, für 25.000. Da ist nur ein Skelett drin. Naja, aber für 25.000 können wir doch hin. Für 25.000 können wir nach Hause. Also, ich hab, ja, wie es eben da stand. Schände die Leiche. Ja. Und gehe heim. Also, guck mal, Max Ammo fehlt irgendwie, ne? Ja, ja, gerade. Das ist jetzt wieder so, dass du dir irgendeine Wandwaffe holen musst oder irgendwas. Immer wieder grappen und Muni kaufen. Das ist halt am Ende immer der Schuh, der drückt. Ja, immer der drückt, der Schuh, ja. Achtung. Sehr viele Freunde. Oh nein! Das gibt's nicht! Noch lebe ich, leb nicht mehr. Noch lebe ich, nicht leb nicht mehr. Oh Gott, ich hab auch nicht genug Geld für nen Quickie. Jetzt renn da einfach erstmal durch. Kümmer dich erstmal um dich. Ja, das Problem ist, die kommen ja von allen Seiten hier. Ja, ja, zieh erstmal ganz viele mit. Noch ist ja alles gut. Wenn du sie nicht tötest, spawnen halt auch weniger. Ja, aber... Ja, da stehen wieder welche bei mir. Ja, ja, eben. Die verteilen sich hier so bescheuert. Nee, das schaffe ich nicht. Nee, nee. Du musst weiter. Du musst die Runde beenden. Oh, jetzt hängen sie hier alle in so ner Kuhle drin. Nee, aber... Nee, mm-mm. Das wird gaga rot. Das Problem ist, ich komm wahrscheinlich auch nicht wieder. Nee. Weil ich hab zu wenig Geld. Vielleicht, wenn ich mir irgendwas buddel oder so... Mal gucken, ob ich da nochmal ein Comeback machen kann. Ein Buddleback. Ein Buddleback. Au. Au. Einer, die machen aber auch doppelte schnelle Schläge. Oh, rennt da durch, rennt da durch, rennt da durch. Konzentrier dich jetzt nur auf dich. Wir wollen die Karte beenden. Nee. 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 Nee, nee. Riskier es nicht. Geh da raus. Vorbei. Vorbei. Nein. Ach. Naja. Ach. Es wäre nur noch das Geld gewesen. Ja, es wäre nur noch das Geld gewesen. Aber das ist halt wie... Sex ohne abspritzen. Gut. Bis zum nächsten Mal. Dann können wir es zusehen. Und... Tschüss. Wiedersehen.